So, heute setzen wir unsere Nähle ab. Richtiger Name, Niguen Ergit of Layden Brews. Geil, phänomenal. Und Zeit mit Mama ist jetzt vorbei. Mama im Hintergrund. War ein bisschen, wollte nicht so richtig. Nora ist echt eine tolle Mutter. Aber das Kalb wird jetzt geschlechtsreif, da muss es runter. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen zahm machen. Sie landen sich lieb, es tritt nicht aus. Aber ich brauche jetzt noch ein bisschen besondere Aufmerksamkeit. Ja, unsere Chefin. Ist wieder ganz geschafft. Hat so richtig aufgerecht. Ja, Queen Mom. Ja, dann legen wir mal das Halfter drum. Und später bringen wir dann noch unseren Rudi zu unserer zweiten Mutterkuhherde. Das klappt allerdings wesentlich besser, weil der Bub, der ist super lieb. Ja. Ja. Ja.